Mit diesem Coaching verbesserst du die Beweglichkeit deiner Halswirbelsäule. Aufrechte Sitzhaltung. In einer fließenden Bewegung drehe deinen Kopf nach links, nun nach unten. Rolle das Kinn über die Brust zur anderen Seite. Den Kopf in den Nacken legen und langsam wieder zurück zur anderen Seite rollen. Dein Oberkörper bleibt stabil. Diese Übung 30 bis 60 Sekunden wiederholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017